Wir haben uns überlegt, wie man den Keilweben auswechselt, ohne die Spannrolle auszubauen, was nämlich Arscharbeit ist. Wir haben dafür hier einen Spanngurt um die Feder drum gelegt, unten drum zu, den verknotet. Das war auch ein bisschen Fummelei, um das da durchzukriegen, geht aber. Ein Profileisen, wie wir es hier durchschieben, auf den Stoßdämpfer auflegen und jetzt können wir über den Hebel, und du filmst da unten, die Spannrolle entlasten und das Ganze haben so viel Spiel, um den Riemen einfach auf die ganzen Räder draus zu schieben. Hier ist noch mal die Einstellung, Motor, Air Condition, geht über die Lichtmaschine um diese besagte Umleckrolle, oben Wasserpumpe, Spannrolle und Motor. Ja, Jungs, viel Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020